einen wunderschönen guten morgen es ist mal wieder so weit für ein frisch serviertes morgenupdate zum wetter und ihr seht wahrscheinlich die klamotten werden immer dicker es ist ja mittlerweile nass kalt geworden in vielen teilen deutschlands und in anderen teilen deutschlands steigt die temperatur noch auf über zehn grad gibt es übrigens auch am samstag schauen wir gleich darauf erst einmal der blick in die bevorstehende nacht denn da gibt es mal wieder die graue grütze ich rede vom nebel und auch vom hochnebel der besonders dann auch im süden bei temperaturen von unter null grad gefrieren kann das heißt hier besteht durchaus die gefahr dass es rutschig wird auf brücken und auch teilweise auf straßen betrifft dann insbesondere die ländlichen regionen ansonsten ist nicht viel los im norden ist auch ziemlich trüb und da kann es dann auch zum teil mal diesen niesel regen geben dort ist es aber deutlich milder und am samstag löst sich dann der hochnebel im süden und auch im südwesten ganz gut auf das heißt hier bekommen wir ziemlich viel sonnenschein ansonsten bleibt er wieder grau und im norden taucht dann eine kaltfront auf das äußert sich darin dass es grau bleibt und auch dann regen aufzieht die temperaturen steigen dazu maximal auf zehn bis zwölf grad auch beispielsweise im süden ansonsten dort wo sich der nebel länger hält ich rede von der donau region da werden es dann eher nur so drei grad und das ist dann sprichwörtlich die ruhe vor dem sturm denn danach geht es richtig rund beim wetter wie das sich dann ausgeht das erfahrt ihr im laufe des tages bei uns in app und auf der website deswegen reinschauen lohnt sich euch erst einmal ein schönes wochenende